Ja, und der nächste Song ist kurz vor unserer Pause der letzte auch wieder mit Uli. Und geht über die gute alte Zeit, ist also heute eigentlich Programm. Restless Days. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018